Ich filme mir als allererstes auf den Penis und jetzt bist du zu sehen. Anna, ich laufe jetzt seit drei Tagen mit einem steifen Penis durch diese Messe und weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist so schade, dass du nicht da bist. Im November bist du aber hoffentlich bei mir und dann können wir endlich zusammen sein und Dinge machen. Mach's gut, Anna. Wunderbar.